Ja, liebe Freundinnen, liebe Freunde, mein Name ist Anna Landvermann, ich bin aus dem Kreisverband Chemnitz. Ich habe mich gerade noch spontan gemeldet, weil hier gerade so eine schöne Stimmung ist und ich mal auf diesem wunderschönen bunten Podest stehen wollte. Ich bin den meisten vielleicht noch weitestgehend unbekannt. Ich bin jetzt seit etwa zwei Jahren bei den Grünen, habe davor schon ganz viel im hochschulpolitischen Bereich gemacht als Referentin für Ökologie und Nachhaltigkeit, als Referentin für Ökologie und Mobilität, je nachdem an welcher Universität. War in der Weltladenbewegung aktiv, bin momentan Teamerin beim NDC, wir gehen in Schulen und machen Antirassismus-Trainings und das wären auch alles so Themen, die mir ganz, ganz wichtig wären, falls ich doch dann auch in den Landtag einziehen sollte. Genau, und viel mehr Zeit will ich auch gerade gar nicht verschwenden.